Richtig zufrieden, wieder den Biergarten aufzumachen und natürlich unsere Kunden wiederzusehen. Das war für uns eine sehr lange Zeit, ohne etwas zu machen. Jetzt sind wir bereit und wir warten natürlich, dass alle Kunden kommen und dass wir... ...wöchentliche. Höchstens die Flügel mit fünf Minuten, das ist es, die Flügel mit einem Kartei verankert... ... und die Flügel mit einem Kartei. Vielen Dank.